Spielplatz, Kindertagesstätte, Forschungslabor, Schule, alles Mögliche. Aber ich brauche irgendwas, brauche, was ich brauche. Ich brauche, 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 ich brauche, ich brauche, da, Krankstation, aber die Frage ist, kriege ich die da noch rein, wie viel, da kriege ich die rein, ah. Und der Bau hat jetzt mal Priorität, ich brauche nur Beton, das brauchen wir, Krankeneinrichtungen. Wasserproduktion läuft, brauche ich mal. Das ist keine Maschinenteile mehr. Die, 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 okay, ich brauche Maschinenteile. Was ist jetzt, kein Strom, oder? Ähm, ja. Läuft, 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 so halbwegs läuft's. Wasser haben wir noch, wir haben noch viel Wasser. Wasser ist da, okay, wir haben keine Maschinenteile und Polymere, das ist ja blöd. Automatisierter Modus ist der automatisierte Modus aktiviert, kehrt die Rakete immer wieder zur Erde zurück, sie landet immer an dem selben Ort und bringt keine Importe oder Passagiere von Erde zum Mars. Die Rakete startet Richtung, ja, dass aber der Frachtraum voll ist und sie betankt ist. Frachtraum voll. Hm, warte auf das Entladen der Ressourcen. Ich würde sagen, ich brauche noch einen Drohnen-Hub. Wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte. Das ist, glaube ich, wichtig. Kann ich aber nicht bauen, toll. Kuppelspitzen. Mhm. Kuppelservice. Casino. Lebensmittelgeschäft. Sicherheitsstation. Kuppel. Standardkuppel. Spielplatz und Quartier. So. Guck mal da. Das funktioniert. Klangstation. Super. Hm. So, das Ding wird lustig entladen, das ist schon mal gut. Weil eigentlich noch ein... Moment mal. Hatte ich da nicht ein paar... Ähm. Hatte ich da nicht ein paar Drohnen? Ein paar Rover mit? We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Hm? Oh. Oh. Oh, Mercedes Presley ist gestorben. Oh je. Als Freunde und Gemeinschaft möchten wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen und den Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Mercedes Presley war. Das ist ja super. 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 Mercedes Presley hat sich verabschiedet. Hippokonda. Hm. Selbstmord. Hm. Es ist ja... Es ist ja toll. So, jetzt brauche ich irgendwie Strom. So, warten das Ding. Ah. Okay. 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 Ist alles Mist. Hoerlecks. Jetzt prendre dich rein, Julian. Oh! Oh. Öho. Super, kann das bitte mal einer reparieren hier? Ich dachte, ich hätte noch einen Drohnenfritzen hier. Ich habe gedacht, ich hätte hier noch so einen neuen Rover bekommen, aber anscheinend nicht. Drohne zerlegen, Drohne bauen, kann ich nicht. Was muss ich hier machen, wenn ich eine Drohne baue? Du brauchst Drohnenfertigbauten, um neue Drohnen herzustellen. Drohnenfertigbauten werden in der Drohnenfabrik hergestellt. Eine Fertigbauten, Shit. Mass Crowdfunding habe ich hier. Super. Das ist doch alles doof, irgendwie. Angepasste Sonden. Was ich nicht alles habe, hier. Was ich nicht alles habe. Schließen. Und das können wir brauchen. Ich brauche einfach mehr Saft. Ich brauche jetzt erstmal das. Hm, hm, hm. So. Oh, Gründerstadium. Noch neun Stunden. Cool. Cool alles. Super cool. Sektor scanned. Anomaly found. Aha. Anomaly gefunden. So. Jetzt, ähm. Hm. So. Wie kann ich denn jetzt? Dum, 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 dum. Oh, Anomaly noch ne Ende gefunden hier. Oho. Mal schauen. Wo bin ich denn hier unten? Aha, hier oben kann man, da kann man nochmal richtig Gas geben. Anscheinend, anscheinend. Ähm. Aber. Aber. Resources are low. Hm. Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Der Langzeitraum der gesamten menschlichen Zivilisation eine andere Welt zu besiedeln ist wahr geworden. Ich bin begeistert und stolz zu den Menschen zu gehören, die das möglich gemacht haben. Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf den Mars überschwemmt und das Fernweh und so weiter macht mich stolz ein Mensch zu sein. Der rote Planet ist nach wie vor unwirtlich und sogar gefährlich, aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Die ungünstigen Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an. Effekt. Die Kolonie wurde positiv bewertet. Es können zusätzliche Kolonisten von Erde geholt werden. Äh. Okay. Okay. Ganz schön, aber ich wüsste einfach jetzt gerne mal, wie ich denn, den zerstöre ich gerade hier. Das ist irgendwie auch ganz toll. Besamtbedarf, äh, das ist viel zu wenig. Ich brauche mehr Strom. Ich brauche mehr Strom. Ich will mehr Strom. Windrad. Hier. Jetzt bauen wir erstmal noch ein Windrad. Pass auf. Pass auf, wir bauen noch ein Windrad. Und ein Stromkabel, bauen wir auch. So, was müsst ihr jetzt eigentlich auch mal dafür? Maschinen-Teile und so weiter. Haben wir noch Maschinen-Teile? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier ist Beton. Beton haben wir. Maschinen-Teile haben wir auch noch ein paar. So. Und ich glaube, ich hatte auch ein paar angefordert, ne? Ich glaube, hier drin. Und ich dachte eben auch, ich hätte einen, äh, einen neuen Dings. Ums, was ist das denn da? Rover? Und das? Sporter. Wie sieht's denn da aus? 25 Beton? Haben wir schon. Dachte, ich hätte noch einen Rover angefordert. Ich hab's echt gedacht. Komisch. So seltsam. Ich verstehe es nicht. Andronen. Dronen. Dronen hub. Hm. Dronen. Vielen Dank.